Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 meines Guides zur privaten American Express Platinum-Kreditkarte in Österreich und Deutschland. Im ersten Video dieser Serie habe ich von den Kosten, Guthaben und Benefits der Karte berichtet. Video Nummer 2 befasst sich mit allen Benefits am Flughafen, inklusive aller Launch-Optionen. In diesem Video möchte ich mich dem Membership Rewards-Programm widmen. Wie kann man Punkte sammeln und viel wichtiger, wie löst man sie am besten ein? Wenn dich das interessiert, dann bleibt dran. Stürzen wir uns gleich in Medias Res. Mit der Platinum-Karte ist die Teilnahme am Membership Rewards-Programm in beiden Ländern inklusive. Für gewöhnlich sammelt man für jeden Euro Umsatz einen Membership Rewards-Punkt, auch MR-Punkt genannt. Diese Punkte kann man für unterschiedliche Prämien einsetzen. Zum Beispiel kann man Teile der Abrechnung bezahlen. Aber man kann die Punkte auch zu Hotel- und Airline-Partner transferieren. Es gibt genau drei Möglichkeiten, um MR-Punkte zu generieren. Willkommensboni, Freundschaftswerbung und Kreditkartenumsätze. Beim Umsatz kann mit dem Punkte-Turbo nachgeholfen werden. Der Turbo kostet 15 Euro im Jahr, kann telefonisch oder via der Webseite aktiviert werden und gilt für die Haupt- und Partnerkarte. Einmal aktiv erhält man für 2 Euro 3 MR-Punkte. De facto 1,5 Punkte für jeden Euro, also 50% mehr. Dies ist begrenzt auf die ersten 40.000 Euro Umsatz im Jahr pro Karte. Die Aktivierung des Turbo sollte eine der ersten Maßnahmen nach Kartenerhalt sein. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Da aus meiner Sicht der Transfer zu Airlines die einzige sinnvolle Einlösung der MR-Punkte ist, werde ich mich jetzt darauf fokussieren. Dabei sollte man sich im Normalfall auf Einlösungen in der Business- oder First Class konzentrieren. Damit bekommst du den besten Gegenwert für deine Punkte und hast gleichzeitig Flugerlebnisse, die du wahrscheinlich anders nicht gehabt hättest. Die möglichen Partner-Airlines unterscheiden sich zwischen Österreich und Deutschland. In Österreich kann man zu folgenden Airlines transferieren. British Airways, Emirates, Finnair, Air France, KLM, Iberia, Qatar Airways und SAS. Wer genau aufgepasst hat, wird feststellen, dass die drei großen Flugallianzen Star Alliance, One World und Sky Team hier vertreten sind. Theoretisch sind also Flüge mit mehr als 60 Airlines möglich. Beim Transfer besteht ein Verhältnis von 5 MR-Punkten zu 4 Meilen. Aus 100.000 MR-Punkten werden 80.000 Meilen. Der Vollständigkeit halber können die MR-Punkte auch zu Hilton 1 zu 1, Marriott 3 zu 2 und Radisson 1 zu 2 transferiert werden. Der Gegenwert ist in der Regel deutlich schlechter als bei Airlines, aber Einlösungen bei Hotels sind deutlich leichter zu bewerkstelligen. Die deutschen Transferpartner-Airlines sind Cathay Pacific, British Airways, Delta, Emirates, Etihad, Finnair, Air France, KLM, Iberia, Qatar, SAS und Singapore Airlines. Delta und Singapur werden im schlechteren Verhältnis von 3 zu 2 transferiert, alle anderen im 5 zu 4 Verhältnis. Das sind schon einige mehr. Ein weiterer Riesenvorteil ist zusätzlich die Möglichkeit, die MR-Punkte im 2 zu 1 Verhältnis zu Payback Deutschland zu transferieren. Einmal dort angekommen, können die Payback-Punkte 1 zu 1 zu Miles & More geschickt werden. Ich komme darauf noch später zu sprechen, aber es ist wichtig zu wissen, dass der Payback-Transfer ausschließlich in Deutschland möglich ist, nicht in Österreich. Die Hotelprogramme sind ident zu Österreich. Hilton, Marriott und Radisson. In der Travel-Hacking-Welt spricht man bei den MR-Punkten von einer flexiblen Währung. Das ist auch der Grund, warum Amex-Karten bei viel Reisenden so beliebt sind. Man hat eine große Auswahl an Möglichkeiten. Der Nachteil dieser Flexibilität ist jedoch die zunehmende Komplexität beim Suchen und Buchen von Flügen, die sehr schnell überfordert sein kann. Fragen wie, ich habe nun hunderttausende MR-Punkte, wie kann ich sie am besten einlösen? Oder, wie viele Punkte brauche ich für einen First-Class-Flug? lese ich täglich im Internet von Karteninhabern, die sich vorab nicht richtig informiert haben oder die von Halbwahrheiten zu einer Amex Platinum überredet wurden. Flüge, die mit Meilen bezahlt wurden, sind nie kostenlos. Wer anderes behauptet, lügt. Aussagen wie, mit 75.000 Punkten sofort in die Katar Business Class stimmen auch nur zum Teil. Ja, die 75.000 Punkte könnte man zu Avios von Katar Airways transferieren und mit 43.000 Avios von Österreich oder Deutschland nach Doha in der Business Class fliegen. One way. Und dann? Dann steckt man nach einem Einzelflug in Doha und wie kommt man dann wieder günstig, luxuriös nach Hause? Gar nicht. Das ist für mich ein irreführendes Versprechen. Die Wahrheit ist schlichtweg, dass dieses System kompliziert ist und man sich einiges an Wissen durch Recherche aneignen oder sich kompetente Hilfe holen muss. Wichtig ist auch zu wissen, dass das Meilensammeln ein Marathon und kein Sprint ist. Selbst wenn man schnell die nötigen Punkte oder Meilen beisammen hat, heißt es nicht, dass es sofort Verfügbarkeiten für Meilenflüge gibt. Denn Prämientickets, also Tickets, die mit Meilen bezahlt wurden, haben ein streng limitiertes Kontingent pro Flug. Also nicht jeder freie Sitzplatz kann mit Meilen bezahlt werden. Wie soll also ein Anfänger an die Sache herangehen? Ich würde vorschlagen, zunächst bei allen Partner-Airlines einen Account anzulegen. Damit kann man überall nach Flügen suchen und kann auch anschließend diese mit dem Amex-Konto verknüpfen. Ganz wichtig ist es, die MR-Punkte so lange am Konto zu lassen, bis man tatsächlich einen passenden Flug mit Verfügbarkeiten gefunden hat. MR-Punkte sind so lange gültig, solange man Amex-Kunde ist. MR-Punkte, die zu Meilen umgewandelt wurden, können nicht wieder zurück an Amex oder an ein anderes Airline-Programm geschickt werden. Es ist eine ganz strenge Einbahnstraße. Zusätzlich verfallen Meilen bei den meisten Airlines nach einiger Zeit, wenn sie nicht genützt werden. Es handelt sich hier meistens um ein paar Jahre, aber es ist trotzdem wichtig, im Kopf zu behalten. Es ist hilfreich, ein realistisches Ziel vor Augen zu haben. Ein Business-Class-Flug nach Nordamerika oder Asien bietet sich gut an. Australien, die Malediven oder First-Class-Flüge sind deutlich schwieriger zu finden und könnten zu vermeidbarem Frust führen. Wer Inspirationen sucht, wird bei Reisetopia fündig. Diese haben schriftliche Guides erstellt, mit den besten Einlösungen von 50, 100, 150 und 200.000 MR-Punkten für Deutschland und Österreich. Links in der Videobeschreibung. Achte aber darauf, ob die Meilenpreise für ein One-Way oder ein Return-Ticket gelten. Sollte es sich nur um einen Hinflug handeln, musst du für eine Rundreise die nötigen Punkte verdoppeln. Solltest du mit deinem Player 2 unterwegs sein, musst du die Punkte noch einmal verdoppeln. Du siehst also, dass sehr schnell mehrere Zehntausende MR-Punkte notwendig sind, um eine Business-Class-Reise zu buchen. Daher lohnt es sich, vor dem Antrag der Karte zu überlegen, wie lange man mit seinen monatlichen Ausgaben benötigt, um beispielsweise 150.000 Membership-Rewards-Punkte zu sammeln. Wenn du dafür Jahre benötigen würdest, sind Amex-Karten für dich zu diesem Zeitpunkt nicht geeignet. Vor allem in Österreich, wo man nicht zu Payback transferieren kann. Ich möchte wirklich vermeiden, dass Menschen sich diese Karte besorgen, ohne dass sie zeitnah eine schöne Einlösung verwirklichen können. Warum ewig sammeln, nur um Flexibilität zu haben, wenn es mit Miles & More Meilen so viel schneller gehen kann. Wenn dir das Video bis jetzt gefällt, tu mir den Gefallen, drücke bitte auf den Like-Button und abonniere den Kanal. Es steckt viel Passion und Freizeit in diesem Projekt und ich möchte dir helfen. Und du kannst mit zwei Klicks mir helfen. Vielen Dank! Aber weiter mit dem Guide. Solltest du jetzt denken, na gut, Verfügbarkeiten suchen ist ja blöd. Ich kaufe lieber ein Eko-Ticket und mache dann ein Upgrade mit Meilen. Dann bist du definitiv nicht allein und grundsätzlich wäre das auch möglich. Trotzdem rate ich davon ab. Erstens, Upgrades sind in Summe teurer. Du bekommst viel weniger Leistung in Business Class für mehr Meilen. Wenn du bei einem Hin- und Retour-Ticket nur eine Richtung upgradest und dafür drei Viertel der Meilen bezahlst, die die gesamte Reise in Business kosten würde, ist das ein schlechter Deal. Das nächste Argument gegen Upgrades ist die Ungewissheit. Es gibt kaum garantierte Upgrades. Es basiert immer auf Glück. Solltest du nur einmal im Jahr verreisen, ein Cash-Eko-Ticket kaufen und dem R-Punkte transferieren, um dann ein Upgrade zu machen und dann klappt es nicht, dann hast du Meilen auf einem Programm geparkt, die du nicht mehr brauchst und bist im Endeffekt nur Economy geflogen. Soviel zu Upgrades. Hier mal ein Beispiel, wie man an eine bestimmte Suche herangehen könnte. Angenommen, jemand aus Österreich möchte von Wien nach Los Angeles in der Business Class fliegen und dafür Membership Rewards Punkte einlösen und fragt mich, wie er es am besten macht. Aus Erfahrung weiß ich, dass theoretisch alle acht Amex-Partner-Airline-Programme diese Flugroute ermöglichen könnten. Man könnte zum Beispiel die Punkte zu SRS schieben und damit den Non-Stop-Flug von Wien nach L.A. mit Austrian Airlines buchen. Man könnte aber auch mit den SRS-Meilen den Flug von Air Canada buchen, der von Wien nach Toronto und dann nach L.A. geht. Das ist möglich, weil SRS, Austrian Airlines und Air Canada Teil der Star Lines sind. Transferiert man zu British Airways, könnte man von Wien nach London und dann nach L.A. mit British Airways fliegen. Alternativ könnte man aber auch mit American Airlines von London nach L.A. weiterfliegen. Weil sowohl BA als auch AA Teil von One World sind. Air France wäre ebenfalls eine Möglichkeit mit der Route von Wien nach Paris und weiter nach L.A. Die Möglichkeiten sind tatsächlich sehr vielfältig und es lohnt sich, sich mit den Allianzen ein wenig auseinanderzusetzen. Was sich also zeigt, ist, dass für das gleiche Ziel mehrere Partner abgeklappert werden können, um zu sehen, ob sie Verfügbarkeiten für das Wunschdatum haben. Die Chance, fündig zu werden, ist also deutlich höher, als wenn man nur ein Airline-Programm befragen könnte. Die Flexibilität der MR-Punkte bietet in dieser Hinsicht also enorme Vorteile. Was wir aber noch nicht bedacht haben, ist, wie viele Meilen und wie viele Steuern und Gebühren es beim jeweiligen Airline-Partner kosten würde. Mit SRS würde die Reise hin und retour 100.000 Meilen und 41,70 Euro kosten. Mit BA würde ein Return-Flug 244.500 Avios und 451 Euro kosten. Bei Air France kann man mit 160.000 Meilen und 534,45 Euro die Reise erwerben. Ein enormer Unterschied, sowohl in Bezug auf Punkte, als auch Steuern und Gebühren. Merke dir also, wird deine Wunschroute bzw. dein Wunschziel von mehreren Airlines angeboten, vergleiche die Möglichkeiten, um den besten Preis zu finden. Wie findet man diese ganzen Informationen, die ich eben aufgelistet habe? Um zu sehen, welche Airlines die Wunschroute bedienen, besuchst du am besten FlightConnections.com. Gib dort Start und Ziel ein und setze am besten den Zwischenstopp zu einem Stopp, damit die Möglichkeiten vielfältiger werden. Nun kannst du sehen, welche Airlines und damit welche Allianzen diese Route anbieten. Wie findet man heraus, wie viele Meilen das kosten würde? Einen groben Überblick kann die Webseite awardhacker.com geben. Hier kann man die Wunschroute eingeben und die Meilenprogramme der Airlines auswählen. Anschließend sollte man Meilenpreise von den ausgesuchten Airlines für die gesuchte Route angezeigt bekommen. Die Liste der Airlines ist leider nicht vollständig und auch die Preise sind nicht immer akkurat. Außerdem ist die Seite für den US-Markt bestimmt und beinhaltet nicht alle Transferpartner aus Österreich und Deutschland. Oft muss man also die Webseite jeder Airline, die in Frage kommt, durchforsten. Manche Airlines haben keine starre Meilentabelle, sondern ein dynamisches Preiskonzept. Air France KLM, die sich Ein-Punkte-Programm namens Flying Blue teilen, haben eine dynamische Preisgestaltung. Auch SRS hat einen Mindestmeilenpreis, bietet aber auch die Möglichkeit, Meilenpreise in die Höhe zu schieben, wenn die Nachfrage steigt. Daher muss man zwangsläufig direkt bei Flying Blue oder SRS Eurobonus die Suche durchführen, um die Preise zu sehen. Ich habe nun bereits mehrfach die Flugallianzen erwähnt. Diese sollte man bei der Suche nach Prämienflügen unbedingt im Kopf behalten, wenn man einen bestimmten Flug mit einer bestimmten Airline buchen möchte. Hier ein kleines Beispiel. Ein deutscher Amex-Kunde möchte von München nach Jakarta One-Way mit Katar Airways in Business Class fliegen. Die naheliegende Suche wäre direkt bei Katar eine Buchung mit Avios zu finden. Dort gibt es die Reise München, Doha, Bangkok um 80.000 Avios und 256,16 Euro Steuern und Gebühren. Hier muss kurz angemerkt werden, dass man bei Katar erst die Meilenpreise angezeigt bekommt, wenn man ein paar Avios am Konto hat. Es müssen nicht viele sein, aber über Null. Solltest du Avios bei British Airways liegen haben, kannst du welche kostenlos zu Katar transferieren. Katar Airways ist ein Mitglied der One-World-Allianced. Ebenso ist Cathay Pacific mit seinem Asia-Miles-Programm Teil von One-World. Führt man die gleiche Suche bei Cathay durch, kann man den exakt gleichen Flug durchgeführt von Katar um 70.000 Meilen und 756,05 Euro Steuern und Gebühren buchen. Katar verlangt zwar mehr Avios, aber deutlich weniger Cash. Angenommen dieselbe Person möchte von München nach Doha mit Katar in Business Class fliegen, würde das Ganze bei Katar gebucht 43.000 Avios und 131,95 Euro kosten. Die gleiche Suche bei Cathay Pacific ergibt Kosten von nur 30.000 Meilen und 312,61 Euro. Hier kann man sich also ernsthaft überlegen, ob die Differenz von 16.250 MR-Punkten den Aufpreis von 180,66 Euro wert sind oder nicht. Was ich hiermit beschreiben will, ist, dass man den gleichen Flug innerhalb einer Allianz vergleichen kann, wer den besseren Preis bietet. Für österreichische Kunden ist dies leider nicht ganz so relevant, weil die Auswahl an Partner-Airlines geringer ist. British Airways, Qatar Airways und Iberia sind One-World-Mitglieder mit der gleichen Währung namens Avios. Es ist auch möglich, zwischen diesen Programmen die Avios zu verschieben und die drei Programme zeigen in den meisten Fällen die identischen Preise für die gleichen Flüge an. FinAir ist ebenfalls One-World-Mitglied und damit die einzige Alternative, um andere Preise für One-World-Flüge zu finden. Air Force und KLM sind zwei Airlines, die extrem eng miteinander verbunden sind. Sie teilen sich das Flying Blue Bonus-Programm und sind Teil von der Sky Team Alliance. Daher gibt es hier auch keine Unterschiede bei den Preisen oder den Verfügbarkeiten. SRS ist das einzige Mitglied der Star Alliance bei Amex Österreich. Emirates gehört keine Allianz an, hat aber einige Partnerschaften mit ausgewählten Airlines. Die deutschen Amex-Partner sind etwas bunter gemischt. Bei One-World gesellt sich neben British Airways, Qatar Airways, Iberia und FinAir also auch Cathay Pacific hinzu. Zu den Sky-Team-Mitgliedern Air Force und KLM gesellt sich Delta. Singapore Airlines unterstützt SRS im Namen der Star Alliance. Indirekt spielt hier Payback mit, da die Punkte ja anschließend zum Mais & More transferiert werden können, die ebenfalls Star Alliance Mitglied sind. Etihad ist wie Emirates kein Teil einer Allianz. Manche Webseiten bieten online nicht die vollen Suchoptionen bei ihren Allianz-Partnern. Hier muss man tatsächlich die dazugehörige Hotline anrufen und fragen, ob sie Flüge bei den Allianz-Partnern suchen und buchen können. Einen Tipp habe ich noch für die schnellere Suche von Flügen mit der Star Alliance. Grundsätzlich bieten Airlines dem hauseigenen Bonusprogramm Verfügbarkeiten früher und in größerer Menge an. Die Allianz-Partner ziehen in der Regel den Kürzeren. So findet man leichter Flüge von Lufthansa, wenn man bei Mais & More sucht und leichter SRS-Flüge, wenn man bei SRS sucht. Möchtest du also SRS-Meilen für einen Flug einlösen, der nicht von SRS durchgeführt wird, dann kannst du die Suche nach Verfügbarkeiten auf der United Airlines Webseite starten. Diese Webseite bietet nämlich eine sehr angenehme Monatsansicht, während die meisten anderen Seiten nur einzelne Tage anzeigen. Dies spart enorm viel Zeit. Findest du Verfügbarkeiten bei United, solltest du sie auch bei SRS finden. Das gleiche gilt, wenn du aus Singapur Airlines Meilen für Flüge einlösen willst, die nicht von Singapur Airlines durchgeführt werden. Das Beste ist, du musst nicht mal bei United angemeldet sein, um diese Suche durchzuführen. Besuche also United.com, gib Abflug- und Zielflughafen und die gewünschte Reiseklasse an und klicke oben auf Meilenbuchung und flexible Reisedaten. Klickst du jetzt auf Suche, bekommst du die Monatsansicht von allen verfügbaren Flügen mit der Star Alliance angezeigt. Bedenke jedoch, dass die benötigten Meilen und Gebühren nur für das United-Programm gelten, für das du keine Meilen hast. Es geht hier nur um das schnelle Finden von Verfügbarkeiten. Du siehst also, Membership-Rewards-Punkte einzulösen ist wirklich nicht so simpel, wie es manche darstellen. Ich habe viele Stunden meiner Freizeit in Recherche gesteckt, habe aber gleichzeitig bereits einige Früchte ernten können und meine MR-Punkte für First-Class-Flüge mit Emirates und Katar für mich und meine Frau eingelöst. Als Membership-Rewards-Vollprofi würde ich mich dennoch nicht bezeichnen. Ich lerne täglich etwas aus der Community dazu und das ist schön so. Wem der Wissenserwerb oder die Flugsuche zu zeitintensiv ist, kann mit der Hilfe von Experten, beispielsweise über Online-Sessions, eine bezahlte Abkürzung nehmen. Für wen lohnt sich nun eine American Express Platinum-Kreditkarte? Die Antwort ist natürlich individuell. Beworben wird die Karte für gut verdienende Vielreisende. Je mehr man vor allem in Economy reist, desto besser, weil man dann stark von den Lounges profitiert. Je mehr Umsatz man über die Karte generieren kann, desto besser, weil man schneller Prämienflüge buchen kann. Wer eine oder beide dieser Voraussetzungen erfüllt, wird von der Karte profitieren und kann normalerweise einfach zugreifen. Die verschiedenen Guthaben sind meiner Meinung nach das Zuckerl obendrauf. Vor allem Österreicher sollten sich die Anschaffung sehr gut überlegen, wenn das Ziel ist, mit den Punkten in der Business Class zu fliegen. Wer nur 500 Euro im Monat umsetzen kann, wird auch mit einem 50.000 Punkte Willkommensbonus über 5,5 Jahre Punkte sammeln müssen, um an 100.000 Punkte ranzukommen, die für einen Return-Flug in der Business Class mindestens notwendig sind. Denn ich erinnere nochmal, neben dem Willkommensbonus kann man nur durch Freundschaftswerbung und Umsatz MR-Punkte generieren. Hinzu kommt auch die mangelhafte Akzeptanz von Amex-Karten außerhalb der USA. Das Pendant für angehende Meilensammler wäre das Sammeln von Miles & More Meilen mit einer der vielen Miles & More Kreditkarten, die ich bereits auf meinem Kanal vorgestellt habe. Denn Miles & More Meilen lassen sich auch durch viele andere Quellen, zum Beispiel Payback, kinderleicht im Alltag sammeln und das Einlösen ist super simpel im Vergleich zu Membership Rewards. Hier haben deutsche Amex-Kunden einen großen Vorteil, weil sie ihre MR-Punkte auch zu Payback transferieren können. Das Transferverhältnis ist nicht ideal, deshalb bildet dieser Weg für mich eher eine Notlösung als eine primäre Strategie. Trotzdem, wenn man es simpel haben möchte, kann man von den Platinum-Vorteilen profitieren, die Punkte zu Payback schieben und sehr einfach seine Meilen einlösen. Es gibt nicht die eine beste Einlösung. Du bestimmst selber, wofür du deine Punkte einlösen willst und das ist gut so. Abschließend fasse ich die Eckpunkte der Flugsuche und Buchung mit MR-Punkten kurz zusammen. Der Transfer zu Airlines für Business- und First-Class-Flüge bietet den besten Gegenwert für deine MR-Punkte. Transferiere die Punkte erst, wenn du Verfügbarkeiten gefunden hast. Setze dir ein Ziel, welches du erreichen willst. Recherchiere, welche Airlines und Allianzen dein Wunschziel anfliegen. Wird dein Ziel von mehreren Airlines angeflogen, vergleiche die Preise, die Unterschiede können gewaltig sein. Hast du dich für eine Airline festgelegt, vergleiche mit den Airlines innerhalb der gleichen Allianz und finde dadurch den billigsten Meilen- und Cashpreis. Ich hoffe, dir mit dieser ausführlichen Videoserie einen guten Überblick über die Benefits und das Membership Rewards Programm gegeben zu haben. Alles konnte ich mit Sicherheit nicht beantworten. Dazu gibt es die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Und wenn du schon dabei bist, dann hinterlasse bitte ein Like und ein Abo. Wenn du die Amex Platinum in Österreich oder Deutschland beantragen willst, dann findest du in der Videobeschreibung dazugehörige Werbe- bzw. Affiliate-Links. Sollte die Platinum doch nichts für dich sein, du aber gerne eine Kreditkarte mit Launch-Zugang hättest, dann sehe dir dieses Video an. Es gibt mehrmals im Jahr Angebote mit erhöhtem Willkommensbonus. Informiere dich darüber, bevor du die Karten beantragst. Zum Beispiel über meine Instagram-Seite at pointtraveltech-austria. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und Durchhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.